Herzlich willkommen im Sommersemester 2020. Heute begrüße ich Sie aus dem Homeoffice zu unserer Ringvorlesung Beethoven unter der Lupe. Wie Sie wissen, können im Kammermusiksaal der Hochschule für Musik und Tanz Köln derzeit noch keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. Wir haben daher die gesamte Reihe der Ringvorlesung auf das Wintersemester verschoben. Mit allen auswärtigen Referenten wird sie live dann stattfinden. In diesem Semester aber werden wir jede Woche spannende Themen zu Beethoven hier online präsentieren. Zu Beethovens Leben, Beethovens Werk, der Rezeption seines Werkes, der Interpretation und Analyse. Bleiben Sie dran und bleiben Sie vor allem gesund. Der erste Teil unserer Reihe beschäftigt sich mit der Epoche Beethovens. Wir können Beethoven viel besser verstehen, wenn wir uns die historischen Voraussetzungen klar machen, unter denen er gelebt und gewirkt hat. Beethoven war ein Kölner. Diese Erkenntnis wird einige von Ihnen vielleicht überraschen. Aber tatsächlich war Beethoven ein Untertan des Kurfürsten und Erzbischofs von Köln. Dieser residierte schon seit geraumer Zeit nicht in Köln, sondern in Bonn, dort, wo Beethoven 1770 geboren wurde. Das Kurfürstentum Köln zählte zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, das im Jahre 1789 am Vorabend der Französischen Revolution die Ausdehnung und die Gestalt hatte, die Sie auf der Karte erkennen können. Mit den beiden führenden Mächten Österreich und Preußen an der Spitze und zahllosen weiteren, zumeist kleinen Territorien, die sich wie etwa Köln hier in der Karte nur schwer identifizieren lassen. Im Unterschied zu den meisten Territorien innerhalb des Heiligen Römischen Reiches war das Kurfürstentum Köln ein geistliches Herrschaftstum. An der Spitze stand der Erzbischof von Köln. Ein wesentlicher Unterschied zwischen geistlichen und weltlichen Herrschaftsformen besteht natürlich darin, dass nach dem Tode des Herrschers in einem geistlichen Territorium nicht automatisch ein Nachfolger bestand, weil es keine natürliche Erbfolge gab. Dies hat zur Folge, dass die Herrschaftswechsel in einem geistlichen Territorium wesentlich häufiger sind. Ein Blick auf die verschiedenen Dynastien an der Spitze des Kurfürstentums Köln verdeutlicht dies. Die Familien Schaumburg, Mahnsfeld, Wied, Isenburg, Waldburg sind den meisten heute nicht mehr geläufig. Schon eher die Wittelsbacher, die vor allem im späten 17. und im 18. Jahrhundert in Köln lange Zeit residierten. Wenn wir uns die für Beethoven relevante Epoche, also das 18. Jahrhundert in Köln anschauen, so sehen wir 1761 einen Wechsel von in Wittelsbachern zum Haus Königseck und dann 1784 die Übernahme der Habsburger. Das ist natürlich für Beethoven ganz entscheidend gewesen. Das heißt, die Familie, die auch in Wien an der Spitze des Heiligen Römischen Reiches den Kaiser stellte, war zugleich diejenige Familie, die den Kölner Erzbischof stellte. Die Kurfürsten von Köln unterhielten eine bedeutende Hofkapelle, in der im 18. Jahrhundert vor allem italienische Musiker den Ton angaben. Unter den Hofkapellmeistern des 18. Jahrhunderts finden wir Namen wie Giuseppo Trevisiani, Girolamo Donini oder Andrea Lucchesi, aber auch jenen von Ludwig van Beethoven, dem Älteren, der von 1761 bis 1773 Hofkapellmeister war. Als Ludwig van Beethoven der Jüngere in die Hofkapelle eintrat, war Andrea Lucchesi Hofkapellmeister. Ein durchaus beachtlicher Komponist, der eine Reihe von Klavierkonzerten hinterlassen hat, die im typischen frühklassischen Stil gehalten sind und durchaus großen Eindruck auf Ludwig van Beethoven gemacht haben dürften, wie wir jetzt hören werden. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Drei Generationen lang stellten die Beethovens Hofmusiker in der Bonner Hofkapelle. Der Großvater Ludwig van Beethoven der Ältere war Bonner Hofkapellmeister von 1761 bis zu seinem Tode 1773. Sein Enkel Ludwig van Beethoven war also knapp drei Jahre alt beim Tod des Großvaters. Der Vater, Johann van Beethoven, war Tenor in der Hofkapelle. Er brachte es nicht so weit, auch weil sein Lebenswandel sehr unstet war. Unter anderem war er Alkoholiker. So musste Ludwig van Beethoven schon in jungen Jahren Verantwortung übernehmen, auch in der Familie, anstelle seines Vaters. Doch schauen wir zunächst noch einmal auf die politische Situation am Bonner Hof. Maximilian Franz von Österreich kam 1780 als Co-Adjutor und Hochmeister des Deutschen Ordens erstmals nach Bonn. Vier Jahre später, 1784, wurde er zum Kurfürsten und Erzbischof von Köln mit Residenz in Bonn intronisiert. Für die Musikgeschichte war dies insofern wichtig, als Maximilian Franz eine bedeutende Musiksammlung von mehr als 3500 Werken in Partitur, also Noten, mit nach Bonn brachte. Und damit also das Repertoire der Bonner Hofkapelle neu ausrichtete. Auch wurde die gesamte Hofmusik reorganisiert. Jene Hofmusik, in der Ludwig van Beethoven seine ersten künstlerischen Sporen verdiente. Maximilian Franz ist darüber hinaus für die Geschichte Bonns auch deshalb bedeutsam, weil er der Gründer der Universität im Jahre 1786 gewesen ist. Und in diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass sich auch Ludwig van Beethoven im Alter von 18 Jahren an dieser Universität immatrikulieren sollte. Maximilian Franz, der Kurfürst und Erzbischof von Köln, war das jüngste der 16 Kinder von Kaiserin Maria Theresia. Maria Theresia, also die große Kaiserin, die in Wien residierte. Und unter ihren 16 Kindern sind auch einige, die für uns von großer Bedeutung sind und auch für die Karriere Ludwig van Beethovens von Bedeutung waren. Der älteste Sohn, Kaiser Josef II., der berühmte Aufklärer, starb 1790. Sein Bruder Leopold II. folgte ihm nach, starb allerdings nur zwei Jahre später, im Jahre 1792. Mit beiden hatte Beethoven insofern zu tun, als er für den Tod, anlässlich des Todes Josefs II. eine Kantate komponierte und auch anlässlich der Thronbesteigung Leopolds II. Und diese beiden Kantaten zählen zu den wichtigsten Werken, die Beethoven in seiner Bonner Zeit komponiert hat. Maximilian Franz hatte aber auch eine Reihe von Schwestern, darunter Maria Carolina, die später Königin von Neapel werden sollte, und nicht zuletzt Marie Antoinette, die spätere Königin von Frankreich. Bekanntlich hatte Ludwig van Beethoven starkes Interesse für Politik und nicht zuletzt für die Ereignisse in Frankreich. Man kann sich leicht vorstellen, dass es ihn persönlich besonders betroffen gemacht hat, davon zu erfahren, dass die Schwester seines obersten Herrschers Maximilian Franz 1793 als Königin von Frankreich geköpft wurde unter der Guillotine. Und damit sind wir natürlich bei jenem Ereignis, über das häufig spekuliert wurde in Bezug auf Beethoven. Beethoven wird ja gerne auch als ein großer Revolutionär der Musikgeschichte angesehen. Und vor allem seit den 1970er Jahren hat man gerne Parallelen gezogen zwischen den politischen Ereignissen der Französischen Revolution und den musikalisch-kulturellen Ereignissen, die sich mit Beethovens Werk und Beethovens persönlicher Mission als Schöpfer großer musikalischer Werke verbunden haben. Doch was wissen wir wirklich über Beethovens Verhältnis zur Französischen Revolution? Einen Aspekt hatte ich ja schon genannt, nämlich die Tatsache, dass die Schwester seines Herrn von den Franzosen hingerichtet worden ist. In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, dass auch Beethovens Umzug von Bonn nach Wien in die Zeit der Französischen Revolution fiel. 1787 hatte Maximilian Franz seinen Hofmusiker Beethoven erstmals nach Wien geschickt, damals noch in der Hoffnung, er könne ein Schüler Mozarts werden, was sich bekanntlich zerschlug. 1792 schickte er Beethoven dann erneut nach Wien, vermittelte die Bekanntschaft mit Josef Hayden und finanzierte auch die Ausbildung seines Schützlings in der Metropole. Beethoven wurde also beurlaubt, stand aber weiterhin in Diensten des Kölner Kurfürsten. Dieser bekam dann, wenig später allerdings selbst, auf unangenehme Weise mit der Französischen Revolution zu tun. Denn die Koalitionskriege machten vor den Toren Bonn nicht Halt. Bonn wurde französisch besetzt, die Hofkapelle wurde aufgelöst, der Erzbischof und Kurfürst musste fliehen. Beethoven blieb seinem Dienstherrn aber auch weiterhin treu verbunden. Noch im Jahre 1801 wollte er ihm seine erste Sinfonie widmen, doch starb Max Franz, sodass es hierzu nicht mehr kam. Das Ereignis in Beethovens Leben und das Werk in Beethovens Schaffen, das am meisten mit der Französischen Revolution in Verbindung gebracht hat, ist sicherlich die Sinfonie Eroica, also die dritte Sinfonie, die ursprünglich einmal die Bezeichnung Intitulata Bonaparte getragen hat. Und diese Bezeichnung wurde ja dann später mit Gewalt ausradiert, wie man es hier noch auf dem Autograf erkennen kann. Nun ist natürlich die Frage, was die Eroica mit der Revolution zu tun hat, wo sie doch eigentlich nur auf Bonaparte, also auf Napoleon, gemünzt war, eine komplexe Frage. Denn wir sind heute geneigt, Napoleon vor allem mit seinen Eroberungen und seinen Kriegen in Verbindung zu bringen. Man darf aber nicht vergessen, dass Napoleon in der damaligen Zeit gewissermaßen der Vollender der Revolution gewesen ist und als solcher auch begriffen und verstanden wurde. Napoleon selbst war ein Jakobiner, also ein durchaus radikaler Revolutionär in seinen jungen Jahren gewesen und hatte dann aufgrund seiner militärischen Erfolge gewissermaßen die Funktion eines Retters der Revolution übernommen. Die berühmteste Napoleon-Biografie trägt bis heute Napoleon oder der Mythos des Retters von Jean Thullard. Dieses Werk schildert eben genau diese Bedeutung, die Napoleon damals als Garant der Revolution zugeschrieben wurde. Und natürlich hat Napoleon im Laufe seiner Eroberungszüge auch sehr, sehr viele Werte der französischen Revolution in die einzelnen Territorien hineingetragen, die er erobert hat. Nicht zuletzt sei daran erinnert, dass der sogenannte Code de Napoleon, also das französische bürgerliche Gesetzbuch, in weiten Teilen Deutschlands bis zur Einführung des BGB, also des bürgerlichen Gesetzbuches Deutschlands im Jahre 1900, auch in Teilen Deutschlands Gültigkeit hatte. Die Franzosen marschierten 1794 in Köln ein, brachten gerade im Rheinland, das 20 Jahre lang zu Frankreich gehörte, eine große Veränderung mit der Einführung der Gewerbefreiheit, der Einführung der Religionsfreiheit, der Einführung eines bürgerlichen Gesetzbuches und vielen anderen Errungenschaften mehr. Also es gab durchaus viele Gründe, auch dann für Frankreich Sympathien zu haben, als die militärische Gegnerschaft der deutschen Territorien zu Frankreich und zu Napoleon ein Problem darstellten. Tofen stellte aber vor allem die Krönung Napoleons zum Kaiser von Frankreich im Jahre 1804 ein Problem dar. Und der Mythos um die Titelgebung der Eroica, intitulata Bonaparte, und das Ausradieren dieser Widmung scheint damit zusammenzuhängen, dass Beethoven alles andere als einverstanden mit dieser Krönung Napoleons im Jahre 1804 war, der damit eben zu verstehen gab, dass er eben doch kein Revolutionär, sondern ein Despot gewesen ist. Wenn wir Beethovens weiteren Werdegang verfolgen, so kreuzen sich gewissermaßen noch mehrfach die Wege zwischen Napoleon und Beethoven. Zwar nicht persönlich, aber indirekt und zum Teil doch sehr direkt auch für das Schicksal einzelner Kompositionen. Ein wichtiger Moment ist die erste Einnahme Wiens durch französische Truppen im November 1805. Denn genau in dieser Zeit war die Premiere von Beethovens erster und einziger Oper »Fidelio« oder »Die eheliche Liebe« angesetzt. Diese Oper sollte ja insgesamt drei verschiedene Fassungen erhalten. Die erste Fassung stand unter keinem glücklichen Stern, denn unmittelbar nach der Einnahme von Wien blieben die Theater schlicht und ergreifend leer. Die Aufführungen fanden vor fast leeren Rängen statt und entsprechend konnte sich das Werk nicht im Spielplan etablieren. Beethoven hat es dann noch zweimal umgearbeitet. Es sollte dann unter dem Titel »Leonore« aufgeführt werden, ein Jahr später, ebenfalls ein Misserfolg. Richtig erfolgreich wurde das Werk erst nach der dritten Fassung 1814 wiederum unter dem Titel »Fidelio«. Als Kaiser orientierte sich Napoleon an den dynastischen Gepflogenheiten der führenden europäischen Herrscherhäuser und versuchte, das Haus Bonaparte unter diesen einzureihen. Da seine Ehe mit Josephine kinderlos blieb, heiratete er 1810 Marie-Luise von Österreich, die Tochter des österreichischen Kaisers, um damit auch sein Thronfolgerproblem zu lösen. Napoleon setzte seine Geschwister ein, um wichtige Territorien zu beherrschen, die er erobert hatte. So wurde sein jüngster Bruder Jérôme Bonaparte König von Westfalen und residierte von 1807 bis 1813 in Kassel. Jérôme wurde auch als König lustig bekannt. Diesen Beinamen erhielt er, weil er eine besonders glanzvolle Hofhaltung pflegte und große Feste feierte. Aber er unterhielt auch eine hervorragende Hofkapelle. Für diese Hofkapelle suchte er einen Hofkapellmeister und seine Begehrlichkeit fiel auf Ludwig van Beethoven, dem er ein lukratives Angebot unterbreitete, als Hofkapellmeister nach Kassel zu kommen. Beethoven war durchaus geneigt, dieses Angebot anzunehmen, verhandelte jedoch zugleich mit Erzherzog Rudolf und weiteren Fürsten in Wien über eine feste monatliche Rente, um ihn in Wien zu halten. Tatsächlich gelang es Beethoven, der ein recht geschickter Geschäftsmann gewesen ist, einen Rentenvertrag zu erhalten mit einem Jahresgehalt von 4000 Gulden, den sich die Fürsten Lobkowitz und Kinski sowie der Erzherzog Rudolf teilten und die Beethoven also ein lebenslanges Auskommen garantierten. 1812 stand Napoleon auf dem Höhepunkt seiner Macht. Das französische Herrschaftsgebiet umfasste damals große Teile Europas und ragte nach Osten bis weit ins russische Zarenreich hinein. Auch für Beethoven könnte man 1812 als einen Karriere-Höhepunkt ansetzen. In diesem Jahr hatte er bereits einen großen Teil seines Gesamtwerkes vollendet. So zuletzt die siebte und die achte Symphonie. Es fehlte also nur noch eine einzige Symphonie, die neunte. Und ähnlich wie Napoleon von nun an einen deutlichen Rückgang seiner Karriere verzeichnen musste, ging es auch mit Beethoven 1813 empfindlich bergab. Zunächst hatte sich seine finanzielle Situation dramatisch verschlechert, und zwar infolge der politischen Ereignisse, der Inflation, die seine Rente nahezu entwertet hatte. So verlegte sich Beethoven, der kaum noch komponierte, nun auf die Schaffung politischer Gelegenheitswerke. Im Sommer 1813 komponierte Beethoven eines seiner zu Lebzeiten erfolgreichsten Werke, das ihm aber heute meistens nur schlechte Kritiken eingebracht hat, nämlich die Schlachtensymphonie Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Viktoria, Opus 91. Hören wir einen Ausschnitt dieser Symphonie, unterlegt mit einem Film, der die Verhältnisse dieser großen Schlacht zwischen den britischen und französischen Truppen zeigt. Und Sie hören also nicht etwa eine Hollywood-Filmmusik dazu, sondern Sie hören eine Originalkomposition von Ludwig van Beethoven aus dem Jahre 1813. Und Sie hören auch nicht etwa Und Sie hören auch nicht etwa Und Sie hören auch nicht etwa von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1813. Und Sie hören auch nicht etwa aus dem Jahr 1813. Und Sie hören auch nicht etwa von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1813. Und Sie hören auch nicht etwa von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1813. von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1813. Und Sie hören auch nicht etwa von Ludwig van Beethoven aus dem Jahr 1813. Und Sie hören auch nicht etwa von Ludwig van Beethoven Musik 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 Vom September 1814 bis zum Sommer 1815 tagt der Wiener Kongress. Die europäischen Staatsmänner, Diplomaten, Minister sind in Wien versammelt, um die europäischen Machtverhältnisse nach der Niederlage Napoleons zu regeln. Auch Beethoven hat hier einen Auftritt und man könnte sogar sagen, dass sein Erscheinen vor der europäischen politischen Elite der Höhepunkt seines äußeren Erfolges gewesen sein mag. Wichtig ist aber für Beethoven auch die politische Veränderung. Schauen wir auf die Landkarte, die Europa nach 1815 und insbesondere Deutschland bestimmen wird. An die Stelle des ehemaligen und unter Napoleon aufgelösten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation tritt nun der Deutsche Bund, ein föderales Gebilde aus 34 Teilstaaten. Am meisten profitiert von den Gebietsneuregelungen hatte Preußen, dessen Territorium sich erheblich vergrößerte, insbesondere um das Gebiet der Rheinlande. Auch das ehemalige Kurfürstentum Köln war nun Teil Preußens und es ist eine Ironie der Geschichte, dass der gebürtige Kurkölner Ludwig van Beethoven nun gewissermaßen zu einem Untertan des preußischen Königs wurde. Tatsächlich widmete Beethoven im letzten Abschnitt seines Lebens gleich zwei Werke dem preußischen König Friedrich Wilhelm III. Neben der Kantate der glorreiche Augenblick Op. 136, deren kostbares Widmungsexemplar Sie hier bewundern können, widmete Beethoven dem preußischen König auch seine neunte Symphonie. Und damit endet unser Streifzug durch Beethovens Leben und die Bezüge zu den politischen Ereignissen seiner Zeit. Nächste Woche geht es weiter. Machen Sie's gut! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020